Und wenn es weitergeht, dann müssen auch wir weiter machen. Wir können nicht aufhören. Wir können nicht sagen, mit Omikron hören wir jetzt auf. Omikron wird die Pandemie auch deshalb nicht beenden, wenn es jetzt tatsächlich so wäre, was wir verhindern wären, was wir verhindern wären, was wir verhindern wären. Aber wenn es tatsächlich so wäre, die Ungeimpften würden sich alle mit Omikron anstecken. Das ist ja auch ein Gedanke, der manchmal vorgetragen wird. Das wird die Pandemie nicht beenden, auch nicht für die Ungeimpften. Wir können nicht aufhören. Wir können nicht aufhören, was wir verhindern wären.